moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal heute geht es nach fritzen zur motocross strecke ein bisschen training fahren und ich habe jetzt ein bisschen verspätung weil ein bisschen was dazwischen gekommen ist aber ich bin jetzt auf dem weg jemanden abzuholen der mitfährt der in den videos nicht zu sehen sein möchte das ist auch kein problem so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020